So, dann zerstören wir das hier mal. Auch wenn das jetzt ein Fehler wahrscheinlich war. Obwohl, ne, da muss ich ja lang. So. Du, da musst auch weg, du Steinwerfer. So. Okay. So weit, so gut. Ah, jetzt kommen wir... Ah, okay, Curly. Dein Auftritt. Die ganzen Engel da zu beseitigen. Irgendwie... Ich mach das anders, genau. So, das Nemesis reicht wenigstens auch, wie es aussieht. Na gut, jetzt kann ich sowieso wieder den Überschuss benutzen. Ah, je, je. So war es doch etwas falsch. Moment. So. Gut, jetzt hab ich ihn erwischt. Jetzt muss ich ihn nur noch um die ganzen anderen Bogenschütze hier kümmern. Die etwas schwieriger zu treffen sind. So, den etwa. Okay, Leute, das klappt bisher noch recht gut. Finde ich sehr gut, dass das jetzt hier etwas angenehmer ist. Ah, insofern ich mich nicht von diesem verdammten Fein erwischen lasse. So. Gut, die wären erledigt. Das heißt, ich kann jetzt weiter. Sitz in Herz noch? Okay. So weit, so gut. Was haben wir hier? Noch mehr Zeitzünder? Ach, du Scheiße. Eine Menge... Eine Menge... Engel. Okay, jetzt hab ich ein großes Problem, weil ich hab die Tür geöffnet. Das war der größte, vielleicht den ich wahrscheinlich machen konnte. Einfach nur drauf losballern. Mehr kann ich im Moment echt nicht tun. Ich mach das so. Ich lasse Curly schießen. Weil der Nemesis reicht wesentlich weiter aus. Na, komm her, braver Engel. Ah, Bogenschützen sind da. Okay. So, erwischt. Äh, wie mach ich das jetzt am geschicktesten? Tür auf. Und noch einmal. Tür auf. Ob das jetzt gut war? Okay, da ist ein Herz. Das war sehr gut. So. Aber ich muss jetzt noch aufpassen, da unten sind wieder sehr, sehr viele Stacheln. Wenn ich da einmal reinfalle, dann bin ich Geschichte. Deswegen. Egal. Scheiß drauf. Ich muss in die Schmerzen jetzt eingehen. Da ist eine Truhe. Truhe geöffnet. Und wir bekamen... Wow! Raketen durch 24 gestiegen? Das ist mal geil. Es war Jenkas Tochter, Misery, die Ballos, die Dämonengrunde machen lief. Sie war... Sie war verflucht von der Krone. Ähm, dazu bemächtigt... Ähm... Ähm... Dazu bemächtigt, diejenigen dazu anzuhören, die sie tragen, oder so. Ähm... Wenn die Krone zerstört ist, wird der Fluch aufgelöst. Wie auch immer. Nein, 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 nein. Ich sehe nichts mehr. Wo bin ich? Heilige Scheiße. Geht das wieder los? Zuf wieder. Okay, das ist richtig wies. Okay, Leute. Um euch wirklich nochmal den ganzen Weg zu ersparen, sehen wir uns gleich wieder, sobald ich wieder hier in der Nähe bin. Bis gleich. Okay, Leute, da werden wir auch wieder. Yay. Ich hab's diesmal so weit hingekriegt, dass ich diese verdünften Engel hier jetzt beseitigt habe. Wow. Das ätzig. Und ich habe sogar mal mehr Herzen diesmal. Hat auch wirklich Mühen gekostet, die zu kriegen. Ah, was ist das hier? Leute, ich hab Angst. Hüap. Nein, nein, Bosskampf. Ah. Ach du Scheiße. Wie ich das vermisst habe. Ah, Bosskämpfe. Okay, Schwachpunkte hab ich entdeckt. Waaah. Wir sind also bei nem Boss? Wow. Dass ich sowas hier noch erleben darf? ich dachte so was gar nicht ich sollte auch gucken dass ich den schwachpunkt ist gegen das trete was dieser engel werde ich ja auch noch sehr ich merke das schon 20 jahren na gut wenigstens geht mehr herz ja okay das ganze ding wird sichtbar leute meine nerven nicht noch mal meine nerven meine herz meine beine meine alles ich zittere gerade 25 scheiße 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 okay so jetzt kann ich mir angreifen sofern mich diese verdammt engel hier in ruhe lassen aber darauf zu hoffen dass das kann ich vergessen wieder herz okay ich muss mich darauf konzentrieren haben sie zusammen wenn ich das hier überleben will scheiße es kommen immer noch feen engel scheiße okay das sind eindeutig zu viele von diesen engeln definitiv so attacke keine gnade keine gnade gegen diese maschine nein engel mann ich war doch beim boss ich wo ist das ding riesig und ich habe noch nicht mehr viel gebraucht okay leute bis gleich noch mal beim boss so da werden wir auch wieder beim boss und diesmal wird fast voller lebensenergie das heißt diesmal werde ich uns ganz ein bisschen mieser angehen diesmal werde ich diese verlammte maschine so was von ausrotten was könnt ihr mir glauben einfach nur drauf so jetzt habe ich es aber gleich geht doch oh ich dachte schon ich bin tot diese stelle kenne ich doch selbst wenn die krone zerstört ist wird es wird jederzeit trotzdem jemand erwachen solange ballos lebt so ist die stärke der seele die in der krone sich in der krone verbirgt okay wir können auf jeden fall hier jetzt unten lang wo war während des spiels nicht noch kommen okay korridor wir sind wieder draußen da ist ein hundchen bitte töte mich meister das ist der einzige weg wie das misery befreit werden kann der einzige weg um eine extreme tragödie abzuwenden ähm der name meines meisters ist ballos seine magischen kräfte sind wild geworden und nun kann er sie und nun kann er nicht mehr sterben muss ich jetzt gegen den kämpfen oder was okay leute ähm wir sind in der kammer des siegels das ist ballos willkommen ich bin ballos jahre nach jahre in furcht ähm vor sehr viel verbrechen ähm wurde meine magie wild die magie wurde ähm die magie wurde so wie der ähm ähm so wie die in die hand des meisters und ich konnte sie nicht kontrollieren als ich äh als ich geguckt habe ähm kam in mir eine starke rage es es nahm mich vor mein lieb mein kindern mein lieb meiner liebsten frau ihre schreie ähm voller ähm voller äh ich weiß jetzt nicht was agony heißt ähm qual ähm wurden über die flamme kam über die flammen ähm ich konnte meine augen nicht trauen also habe ich nein ähm habe ich mir dieses spektakel angesehen oder so lachen jenker jenker versiegelte mich aber meine magie ähm versucht immer noch außer kontrolle äh zu kommen lange lange habe ich gewartet gewartet auf jemanden ähm der meine magische magische ähm rage stoppen kann nun töte mich oder ich werde dich töten ok leute Zeit wie unsere letzten schon noch dieses spiel wow wow aha wir dürfen gegen oh gott nein nicht gegen gott wir dürfen heilige scheiße jetzt weiß ich den namen nicht mehr verdammt wie heißt er nochmal aaa ich hab den namen nicht typ vergessen egal ich muss ihn auch besiegen leute so schwer ist er ja eigentlich nicht man muss ihn einfach nur in den kreis laufen ho und ich dachte schon das wäre der schwerste bosskampf die du spielst nein war nichts falsches nein vergiss es vergiss es vergiss es ah hilfe scheiße ah nein lass mich alter wow wuh wuh